Nach Rodel Drama Dieses Bild hat sich eingebrannt, Norbert Loch tröstet seinen Sohn Felix nach dem Drama um Gold. Auch zwei Tage später hat sich der Rodel-Bundestrainer noch nicht erholt. Es ist schon jetzt eine der großen und tragischen Geschichten der Olympischen Spiele 2018. Im letzten von vier Durchgängen gab Rodler Felix Loch die sicher geglaubte Goldmedaille noch aus der Hand. Noch im Ausfahren machte sich sein Vater Norbert auf den Weg in den Eiskanal, um seinen Sohn in den Arm zu nehmen und zu trösten. Auch zwei Tage später stand Loch Senior noch unter dem Eindruck des dramatischen Rennens bei den Einsitzern. Er schon, ich aber noch nicht, antwortete Loch auf die Frage von t-online.de, ob er sich vom Schock erholt habe. Am Startbereich der Olympiaband von Pyeongchang, Bundestrainer Norbert Loch, rechts, mit t-online.de Reporter Tobias Ruf. Quelle, tobiasruf-t-online.de Da sprach sicher mehr der Vater aus ihm als der Bundestrainer. Denn in dieser Funktion ist Loch weiter im Akkord beschäftigt. Und hatte am Dienstag dann auch Grund zum Jubeln. Nathalie Geisenberger sicherte sich souverän ihren zweiten Einzelsieg bei Olympia und Diana Eidberger raste bei ihrer ersten Olympiateilnahme direkt auf den Silberrang. V.Links, Diana Eidberger und Nathalie Geisenberger. Die Rotlerinnen strahlen auf der Pressekonferenz nach ihrem Medaillengewinn. Quelle, tobiasruf-t-online.de Das freute auch Felix Loch, der an der Bahn war, um seine Teamkolleginnen zu unterstützen. Das passt schon, so ist eben der Sport, antwortete er mit einem Lächeln auf die Frage von t-online.de nach seinem Gemütszustand. Hat sein Lachen wieder gefunden, Felix Loch, rechts, mit t-online.de Reporter Tobias Ruf. Quelle, tobiasruf-t-online.de Ob Vater oder Sohn. Geilloch sind sympathisch, nehmen sich die Zeit für Fans, Kollegen und Journalisten und machen innerlich einen ausgeglichenen Eindruck. Auch wenn sich der eine offenbar besser vom Olympia-Schock erholt hat als der andere. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare bei t-online.de finden Sie auf unserer Übersichtsseite.